Ho di ho, Freitags Post ist wieder da. Schön, dass ihr dabei seid und noch einmal Dankeschön an den letzten Freitag. Ein super Rock'n'Roll-Erlebnis. Elvis Presley-Wunschabend war faszinierend, wirklich. Sensationell, auch für mich. Danke an euch alle, super. Heute gibt es einen Song, einen lustigen Song aus meiner CD, Die Menschheit braucht mich. Wer die noch nicht hat, gibt es auch unter www.geri-gerspitzer.de down to loaden. English Downloading. Und den gibt es halt, weil es ist die Zeit der Wärme, der innerlichen Wärme. Also Erbswurstsuppen, Linsensuppen, Zwiebelsuppen, Eintopfsuppen, Suppen. Und außerdem braucht man in der Zeit auch viele Freunde. Also tut man auch was für einen anderen. Deswegen jetzt diesen Song. Habt viel Spaß dabei. Ich hab an vorn lassen. Klingt es nett, unheimlich zärtlich. Ich hab an vorn lassen. Das glaubt ihr nett, doch wirklich. Ich mach sowas grundsätzlich nett. Weil sonst einer schimpfendet, dass einer lacht. Aber ich hab's gemacht. Ich hab an vorn lassen. Ich hab an vorn lassen. Für mich war's Für mich war's unheimlich wichtig. Am Stuhl rutschte ich her und hin. Ein bedrücktes Gefühl. Mensch, das war schon schlimm. Hab mich erst nicht getraut. Aber dann war's zu laut. Ich hab an vorn lassen. Ich hab an vorn lassen. Aber keiner hat mich blöd angequatscht. Ich hab an vorn lassen. Ich hab an vorn lassen. Mein Kumpel hat gesagt. Mein Kumpel hat gesagt, das ist nicht schlimm. Ich hab an vorn lassen. Ja. Und das nächste Mal fahr ich für ihn. Das war's schon. Schönes Wochenend.